Hallo meine Zuschauer und weiter geht's. Mal gucken, wo uns das jetzt hier hinführt. Kein Plan. Schauen wir mal. Okay. Das geht da ziemlich tief runter. Ich nehme an. Okay. Okay, okay, okay. Da sind Haken. Da ist ein Haken. Da ist ein Haken. Okay, da ist ein Hebel. Dort ist ein Hebel. Überspringen kann ich da nicht. Hier komme ich wahrscheinlich rüber. Mal gucken, ich müsste eigentlich auch jetzt hier sogar kommen. Okay. Hier ist alles kaputt. Okay, da unten ist Peilung. So, also ich muss jetzt erstmal wohl an die beiden Hebel da ran. Ja, okay. Nach dem da drüben dürfte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Ich müsste eigentlich jetzt hier rüber springen können. Oder auch nicht. Okay. Okay, da habe ich also nicht rüber gesprungen. Okay. Okay. Aber warte mal. Wenn ich da nicht durchgesprungen komme, wie komme ich denn da hin? Ah ja, irgendwie. Warte mal. Ja, aber. Okay, ich komme jetzt da rüber. Ich komme von dort aber nicht da rüber gesprungen. Ich komme höchstens hier runter. Okay. 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 Oh Gott. Oh Gott, was mache ich? Ey, warte mal, warte mal. Ich krabbe mich ein bisschen weiter nach außen. Ja, wunderbar. So. Dann ziehen wir mal den Hebel hier. Dann gehen wir die Tür von der Zeiter. Oh, das wäre so blöd. Ja, komm her, Leute. Ach, kacke. Ich wollte doch die Pistole. Ich wollte doch die Pistole. Ach, kacke. Okay, die Fieger bin ich los. Äh, so, gut. Jetzt habe ich den Hebel da aufbekommen. Der gezogen. Okay. Jetzt hat sich das da bewegt. Aber, wie komme ich jetzt zu dem Hebel da drüben hin? Ich kann jetzt da runter vielleicht da runter. Na, was? Da runter, da runter, da runter. Ja, warte mal. Wir kommen ja von... Ja, wir kommen ja wie... Ach, ich bin ja auch mal wieder sowas von... Ja, ich bin auch mal wieder sowas von blind. Ja. 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 Wie wäre es dann jetzt einfach... ...mich hier einfach mal runterfallen lasse. Dann kann ich hier hin. Dann kann ich hier hin. ...hier hin. Dann kann ich... ...hier hin. Äh, warte mal. So. 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 jetzt geht die hier feist das türen auf das kommt ja schon wieder wiederum okay die bin ich auch los okay jetzt muss ich nur gucken wie ich jetzt da hinkommen ohne drauf zu gehen warte mal können mich daran handeln aber daher klar ich muss mich hier an die kante ranhängen noch warum hält sich lange denn da nicht dran das hat sie doch sonst immer getan auch laura warum so warte mal wobei ist die türen von hier feist das herr wobei ist das atlas da muss ich nicht hin ach da also es hat glaube ich doch daran gehangen und wenn diesmal nicht so war das ist ich schicke erstmal hier nach unten so warte mal da gebe es aber noch mal ein stock weg ja wieso kann der jetzt den haken hier nicht okay da sind auch noch medizin medizin nur da will ich ja jetzt gar nicht hin ich will jetzt okay gut ich meine wir können uns das jetzt auch das noch ein hebel und gut der eigentlich muss ich jetzt hier noch gar nicht hin aber wenn wir schon mal hier sind dann das und da will ich jetzt gar nicht hin okay da ist noch ein schwert er schwert schon noch ein hebel Warum habe ich das Gefühl, dass mir jetzt hier irgendwas Großes Krisis gleich ankommt? Ah, jetzt geht die Anlass wieder auf. Okay. Okay, das ist die Schöne. Nein. Nein? Ich brauche wohl vier Schlüssel, um die große Tür am Boden dieses Raums zu öffnen. Ach so, okay. Und hier geht es dann letztendlich weiter. Okay, okay. So, was haben wir hier? Munition. Die Schmutzflinte. Ja, die Schlüssel sind dann in den Räumen, die ich jetzt hier über den Hebeln aufmache. Ja, hier drin. Gut. Wie war es so? Klar. Okay, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie komme ich jetzt wieder nach oben? Ja. Ach, was machst du hier? Gut, von hier komme ich nicht rüber gesprungen. Das ist zu weit. Okay, aber erstmal versuchen wir jetzt... Okay, aber erstmal versuchen wir jetzt... Hä? Du sollst nicht da rüber springen? Oh, warte mal. Okay, gibt es mir noch irgendwas von ziehen? Oh, was mache ich? Oh, was mache ich? Gut, dann ziehen wir hier nochmal. Oh, was ist das denn für eine überschuldete Steuerung auf einmal? Oh, wow, 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 wow. Poseidon bin ich jetzt. Gut. Wollte ich eigentlich noch gar nicht hin, aber... Gut, dann machen wir jetzt Poseidon. Gut, dann gehen wir jetzt bei Poseidon rein. Okay, hier gehen wir in den Hebel. Okay. Ähm, ja, wir werden... Ja, hier... Okay. Huh. Das war sehr gut. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Ich muss mich ja ranhängen und da oben ist ein Durchgang. Ich muss mich ja ranhängen und mich dann hochziehen lassen. Oder auch nicht. Nee, warte mal. Ah, nee, da muss ich dann irgendwie da oder da an die Kante rüber springen und dann warten und dann da wieder. Okay, gut. Ich glaube, so funktioniert das. Ja. Oder auch nicht. Oder ich hätte ein bisschen weiter nach rechts gehen müssen. Gut, probieren wir es nochmal. Mal. 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 Da geht er gar nicht. Hä? 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 Ähm... Da bin ich jetzt ein bisschen... ...überfahren... Ah, ja doch, das Training muss stimmen. Okay. Und ich nehme mal an, dass ich denn... ...auf dem gleichen Weg hier wieder... Oh! Nein, nein, nein! ...auf die gleiche Weise wieder rauskommt. Beziehungsweise, wenn ich das Rätsel löse, öffnet sich die Tür vielleicht komplett. Mal gucken. Okay. Dann müssen wir wohl eine Runde schwimmen gehen, ne? Okay, dann. Oh, jetzt erstmal Luft holen hier. Okay. Äh. Na. Alles klar. Ogi dogi. Okay. Okay. Wie geht es hier eigentlich noch weiter runter? Muss ich vielleicht noch... ...hier irgendwie noch weiter tauchen? Okay. Wollen wir mal gucken. Hm. Ja. 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 Warte mal. Warte mal. Ich muss irgendwie, glaube ich, den... ...den... ...wasserstand... ...erhöhen. 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 Okay, gut. Mit Zeit, den Wasserstand erhöht. Und jetzt muss ich... ...warte mal tauchen... ...warte mal... ...warte mal... ...warte mal. ...die da oben hin muss... ...um hinter das Gitter dazu kommen... ...dass ich den Wasserstand noch weiter erhöhen muss. ...warte mal hin... ...at ist... ...geriment... ... Okay, gut, den Wasserstand kann man wohl nicht weiter erhöhen, es sei nicht, ich muss jetzt den Hügel da unten erziehen. Okay. So, wo sind jetzt die Holzplattformen, die irgendwo hochgekommen ist? Hä? Ja, aber egal, wir kümmern uns uns erst mal um. Ähm, warte mal. Oh, oh, oh Mann, oh, 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 oh. Nein. ich bin jetzt da wieder rauf funktioniert nicht so aber wie komme ich jetzt dahin und dann da hoch darüber und dann hinter das gitter zu kommen ja dazu hätte ich mir diese holzplattform wo ist wo ist die schwamm eben gerade da geht es ist wieder auf es kommt zwar daran aber was bringt mir das gut das habe ich das aber ich weiß dass immer noch nicht diese holzplattform abgebildet ist dieser hoch kam ja also er wird das ist ein takt oder oder war das nicht in diesem raum hier gibt es ja noch so einen zweiten raum denn die war ja irgendwo klappt der elmo drunter fest die holzplattform die könnte mich auch hier ist sie doch da soll ich erst mal gucken ob ich jetzt überhaupt unter wasser den haken einsetzen kann und wie kriegt die plattform da ist weg ich kann den haken hier nicht einsetzen und ich krieg die jetzt hier nicht weg die plattform ja toll und wie kriegt die da und jetzt weg denn die brauche ich die plattform damit ich sie irgendwie hier hinziehen kann darauf darüber dahinter und mir das da holen kann was aber das ist ich nehme mal das ist einer der schlüssel die ich brauche um die tür zu öffnen aber wie krieg ich jetzt die plattform weg ich komme da nicht angesprungen gleich doch von hier ja ich weiß dass die fliege klappt naja ich bin nicht erst für die folge bleiben fürs zuschauen was gefallen hat doch ein abo seit dass sie soll wieder dabei bei 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 bei